Und hier kann ich auch noch irgendwas machen. Da habe ich bisher zwei Symbole gefunden, einmal hier oben ist was und hier unten. Die habe ich aber beide schon mal eingestellt und da hat sich nichts getan. Hm. Ach so. Moment. Und da das Okular benutzen oder was, da habe ich auch noch... Nö. Hier ist nichts. Habe ich hier alles gemacht in dem Häuschen? Ja, da habe ich die Ratte gehabt, genau. Hm. Ist an dem Kasten rundherum noch was Unsichtbares. Weiter komme ich mit der Kamera auch nicht runter. Da war ich schon, da habe ich mir so ein komisches Ding rausgeholt, wo... Ähm. Wo der zweite Magnet drinne war, aber hier... Nichts. Nichts. Ja, nichts. Wenn Dennis vielleicht gleich auch irgendwann nach Hause kommt, kann es auch sein, dass ich dann schon Schluss mache. Keine Ahnung, heute lief er eh nicht so wirklich irgendwie. Ach komm, ich hole mir jetzt ein was. Auf der Kiste im Steinkreismodell gibt es gravierte... Was? Gravierte Messingplättchen, die sind bestimmt wichtig. Auf der Kiste im Steinkreismodell. Ja, das weiß ich, dass da welche sind, du Vollidiot. Da habe ich auch schon vier Stück von gefunden. Geht er jetzt rein? Also wir haben einmal das S... und den Winkel. Da tut sich nichts. Und wir haben dieses komische Symbol und den Kreis. Tut sich auch nichts. Mit der Kuppel... Ne, da sieht man ja nichts dran. Da ist ja nichts. Gibt es auch noch bestimmt ein drittes von diesem Plättchen. An der Schublade an der Unterseite der Kiste ein Symbolblättchen und auf einem der Pfeiler ist ebenfalls eins. Die scheinen mit der Sternenkarte in Verbindung zu stehen. Ja, ach nee! Ja, die beiden habe ich und hier ist die Sternenkarte. Oder soll ich das jetzt nochmal anders? Oh Mann, dass man das nicht irgendwie gesagt bekommt. Gut. Macht Sinn. Dass man da... Dass das nicht markiert ist irgendwie, dass man da drauf drücken kann. Und dann... Das war's für heute. So. Okay. Nummer eins. So. Gib das her. Gut, da weiß ich, wo's hinkommt. Da hin. Da fehlt noch eins. Ein Aufzug. Oh, geil. So ein alter Taucherhelm. Ist das hier gar nicht mehr in Kapitel eingeteilt? Oder so in Level? Und da kommt der Dampf raus. Hier gehört sich eine Art Griff dran. Eine Geweihstange. Und ein Brief. Die Felsen dieser Insel strotzen schon immer der Blut-Vor-Blut-Durst. Der Zähe... Aquanau? Achso, Aquanau. Ich dachte, das wäre ein N. Aquanand. Hä? Aquanau dachte, seine Wissenschaft wäre ihm ein Mittel dagegen. Hoffentlich ist seine Neugier, was meine Angelegenheit betrifft, nun befriedigt. Und der Meister. Okay, wir haben... Das passt aber nirgendwo hier hin. Was ist das? Wofür braucht man das? Musik